Vor einem Jahr habe ich ein Video zum Rechnen mit Tabellenkalkulationen gemacht. In diesem Video habe ich das 1x1 von 1 bis 100 mit Excels Autoauffüllen-Technik erstellt. Das Video eignet sich übrigens immer noch, um das Adressieren und Autoauffüllen kennenzulernen. Es lohnt sich also, wenn Sie sich das Video zuerst ansehen. In einem Jahr passiert aber sehr viel und Excel 365 bietet inzwischen eine schnellere und elegantere Alternative zum Autoauffüllen. Anstatt umständlich mit der Maus Tabellen mit Werten zu befüllen, nutzen wir die brandneuen dynamischen Felder von Excel. Schauen wir uns dazu die alte Tabelle genauer an. Wir sehen, dass die Zeilen- und Spaltenüberschriften Sequenzen von Zahlen sind. Mit der neuen Excel-Funktion Sequenz können wir genau solche Sequenzen erstellen. Das probieren wir gleich aus. Die Sequenz-Funktion akzeptiert vier Parameter. Davon interessieren uns aber im Moment nur die ersten beiden. Der erste Parameter ist die Anzahl der Zeilen, über die sich die Sequenz erstrecken soll. Geben wir versuchshalber die Sequenz-Funktion mit 10 als Parameter ein und schauen uns das Ergebnis an. Excel hat uns eine Liste der Werte 1 bis 10 schön untereinander geschrieben. Der zweite Parameter der Sequenz-Funktion erwartet die Anzahl der Spalten unserer Sequenz. Wir erstellen einen zweiten Sequenzaufruf mit den Parametern 1 und 10. Wir erhalten jetzt die Liste von 1 bis 10 nebeneinander erzeugt. Wie Sie sehen, habe ich die beiden Sequenzen so angeordnet, dass alle Werte über Kreuz aufgereiht sind. Um unser 1 mal 1 zu erhalten, gehen wir an den Kreuzungspunkt von 1 und 1. An diese Adresse schreiben wir die Formel ist gleich A2 Raute Sternchen B1 Raute. Wenn wir das Rautensymbol nach einer Adresse eingeben, zeigt uns Excel automatisch an, welche Werte zu dem Feld gehören, das an der entsprechenden Adresse beginnt. Wir dürfen das Rautensymbol allerdings nur für Feldadressen verwenden, denn sonst erhalten wir einen Bezugfehler. Unsere Felder werden durch die beiden Sequenz-Funktionen erzeugt und fangen jeweils bei den Adressen A2 und B1 an. Wir bestätigen also unsere Formel und erhalten das kleine 1 mal 1 als Ergebnis. Wir können also ein zweidimensionales Feld aus den Werten einer Spalten- und einer Zeilensequenz berechnen lassen. Wenn wir uns die Formeln in den einzelnen Zellen aber ansehen, dann erkennen wir, dass überall die gleiche Formel steht. Anders als bei der Auto-Auffüllen-Funktion werden die Adressen der Formeln eines dynamischen Felds nicht verändert. Allerdings sind diese Formeln immer grau und wir können sie nicht bearbeiten. Nur wenn wir auf die oberste linke Zelle dieses Bereichs gehen, können wir die Formel anpassen. Der Einfachheit halber bezeichne ich diese Zelle als die erste Zelle des dynamischen Felds. Na gut, das kleine 1 mal 1 ist nicht wirklich interessant. Generalisieren wir das Beispiel ein wenig. Dazu markieren wir die Zelle A1 bis B2 und verschieben sie mit der Maus um drei Zeilen nach unten. Wir sehen, dass wir so unser ganzes Feld verschoben haben. Als nächstes schreiben wir in die Zelle A2 eine Zehn und danach in die Zelle B2 die Formel ist gleich A2. Nun gehen wir in die Formel der Spaltensequenz. Dort bearbeiten wir die Formel und ersetzen die Zehn durch A2. Anschließend gehen wir in die Zeilensequenz und ersetzen dort die Zehn durch B2. Damit uns deutlicher wird, was wir hier tun, beschriften wir die beiden Zellen A2 und B2. Dazu schreiben wir zuerst in die Zelle A1 Zeilen und dann in die Zelle B1 Spalten. Mit dieser Anpassung können wir nun die Größe unseres 1 mal 1 verändern, indem wir in die Zelle A2 eine neue Anzahl von Zeilen schreiben. Diese Technik bezeichnen wir übrigens als Parametrisierung. Zur Parametrisierung gibt es auch schon ein eigenes Video, das Sie sich zur Vertiefung anschauen können. Versuchen wir nun, unser 1 mal 1 über die Parameter anzupassen, indem wir 20 in die Zelle A2 eingeben. Toll, nun haben wir das 1 mal 1 von 1 bis 20. Beachten Sie, dass sich die Anzahl der Spalten automatisch anpasst, sodass wir immer eine symmetrische Tabelle mit gleich vielen Zeilen und Spalten erhalten. Das liegt daran, dass wir mit der Formel in Zelle B2 auf die Zelle A2 verweisen und deren Wert übernehmen. Die beiden Werte werden anschließend von unseren Formeln für das 1 mal 1 übernommen. Der Wert in der Zelle A2 wird in der Sequenz für die Anzahl der Zeilen verwendet und der Wert in der Zelle B2 für die Anzahl der Spalten. So können wir die Größe unseres 1 mal 1 leicht anpassen. Geben wir also 100 in die Zelle A2 ein. Wie erwartet, erhalten wir das 1 mal 1 von 1 bis 100. Das Interessante an dieser Funktion ist, dass Excel die Tabelle automatisch für uns erweitert. An dieser Stelle fragen wir uns, was passiert eigentlich, wenn wir den Wert in der Zelle A2 wieder zurück auf 20 setzen. Versuchen wir das einmal und geben in die Zelle A2 wieder den Wert 20 ein. Nun haben wir wieder das 1 mal 1 von 1 bis 20. Excel räumt automatisch die überschüssigen Werte für uns auf. Vom 1 mal 1 von 1 bis 100 ist deshalb nichts mehr in unserer Tabelle zu sehen. Das ist eine der wichtigen Eigenschaften von dynamischen Feldern in Excel. Was müssen wir nun tun, um ein beliebiges 1 mal 1 mit einer unterschiedlichen Zeilen- und Spaltenanzahl zu erstellen? Weil wir die Vorarbeit mit der Zelle B2 bereits getan haben, müssen wir die Formel an dieser Adresse nur durch den gewünschten Wert austauschen. Geben wir in die Zelle B2 zum Beispiel den Wert 30 ein. Wie erwartet, erhalten wir nun ein 1 mal 1 mit 20 Zeilen und 30 Spalten. Dazu brauchen wir nur ein paar einfache Formeln und haben nicht ein einziges Mal mit der Auto-Auffüllen-Funktion oder komplizierten Adressierungen gearbeitet. Einfacher und schneller können wir ein beliebiges 1 mal 1 kaum erstellen. Fassen wir zusammen. Wir haben in diesem Video die Funktionsweise von dynamischen Feldern kennengelernt. Für unser 1 mal 1 haben wir dazu mit der Sequenzfunktion gearbeitet, die uns eine Folge von Werten zurückgibt. Wir haben unsere Formel durch Parametrisierung für symmetrische 1 mal 1 Tabellen verallgemeinert, indem wir immer den gleichen Wert für die Zeilen- und Spaltenanzahl verwendet haben. Abschließend haben wir die Formel für beliebig dimensionierte 1 mal 1 Tabellen weiter generalisiert. Die gerade vorgestellten Techniken wurden übrigens neu in Excel 365 eingeführt und erleichtern unsere Arbeit erheblich. Gehen Sie nun einen Schritt weiter. Bisher haben wir als Startwert für unser 1 mal 1 die 1 angenommen. Stellen Sie sich nun zum Abschluss die folgende Frage. Wie können Sie die Formeln weiter verallgemeinern, sodass Sie eine 1 mal 1 Tabelle erhalten, die mit beliebigen Startwerten beginnt? Machen Sie sich dazu mit den anderen Parametern der Sequenzfunktion vertraut. Schreiben Sie Ihre Lösung in die Kommentare. Schreiben Sie Ihre Lösung in die Kommentare.